In Star Wars The Clone Wars gibt es einige echt gute Storylines, welche aus mehreren Folgen bestehen und auch zum Teil über mehrere Staffeln gehen. Hier in dieser Liste stelle ich euch jetzt, die meiner Meinung nach 10 besten vor. Viel Spaß! Auf Platz 10 kommt die Malevolent Storyline, welche aus 3 Folgen besteht. Es verschwinden nach und nach überraschenderweise immer mehr Schiffe der Republik. Der Grund dafür ist schnell gefunden. Die Separatisten haben ein neues, riesiges Schiff gebaut, welches nicht nur weitaus größer als jeder republikanische Kreuzer ist. Es besitzt auch noch eine gigantische Ionenkanone, mit der die Malevolenz alle Energie auf einem gegnerischen Schiff abschalten kann, um es dann, ohne Gegenwehr zu erwarten, zu zerschießen. Die erste Folge dient dazu, das Schiff einzuführen und als wirkliche Bedrohung darzustellen, während es in Folge 2 eine Raumschlacht gibt und in Folge 3 gibt es nach einer Geiselnahme ein explosives Finale. Auf meinen 9. Platz landet die Story rund um das Silo-Beast. Mit nur 2 Folgen ist das die kürzeste Storyline auf dieser Liste, aber ich feiere sie extrem. Es geht wie schon gesagt um das Silo-Beast, welches ein extrem großes und kaum verwundbares Monster ist, bei dem wahrscheinlich Godzilla als Vorbild diente. In der ersten Folge wird es nach einem Einsatz einer neuartigen Elektronen-Protonen-Bombe geweckt und gegen Folgenende schließlich wieder betäubt. Um seine undurchdringbaren Schuppen zu untersuchen, wird es nach Coruscant gebracht und naja, das konnte einfach nicht gut gehen, wie man in der zweiten Folge dann sieht. Die Folge endet mit meiner Meinung nach einem der traurigsten Momente in Star Wars The Clone Wars. Hier ist nicht die Story an sich das Beeindruckende, sondern das Silo-Beast. Mein 8. Platz macht die Storyline rund um die Zitadelle, welche aus drei Folgen besteht. Die Zitadelle ist ein Gefängnis, welches extra für Jedi entworfen wurde und aus dem noch niemand entkommen ist. Zu allem Übel ist Jedi-Meister Eden Peale dort nun gefangen. Die Jedi starten, angeführt von Obi-Wan, Anakin und Ahsoka, eine Befreiungsaktion, bei dem auch Kampfdroiden auf der Seite unserer Helden sind. Nachdem sie Peale befreit haben, wird das Ganze aber erst richtig spannend, denn die Flucht aus dem Gefängnis ist fast unmöglich. Zusätzlich möchte ich hier auch noch erwähnen, dass man hier Tarkin, welcher später ein Großmacht des Imperiums wird, in Star Clone Wars zu sehen bekommt. Obi-Wan Kenobi wurde durch einen Blaster-Schoss getötet. Zumindest glauben das alle. Denn das alles war nur ein Trick von Mace Windu, Yoda und Obi-Wan, um einen möglichen Attentat auf den obersten Kanzler zu verhindern. Denn Obi-Wan gibt sich als sein eigener Mörder den Kopfgeldjäger Reiko Hardeen aus und lässt sich im Gefängnis der Republik einsperren. Mit Hilfe von Moralo, Rewill und Cat Bane bricht er aus und flieht. Anakin Skywalker weiß nicht, dass Kenobi noch lebt und macht sich auf die Jagd nach Obi-Wans angeblichen Mörder, unwissend, dass es sich dabei um seinen eigenen Meister handelt. Das Ganze finde ich recht genial und dabei entsteht auch die ein oder andere coole Situation, wo Anakin die Kopfgeldjäger tatsächlich einholt und in den Kampf mit Obi-Wan gerät. Die drei Kopfgeldjäger können allerdings zu Count Dooku entkommen, wo mit Hilfe der Box, welche eine Art Kompetenztest mit tödlichen Folgen im Falle des Scheiterns ist, die besten Kopfgeldjäger der Galaxis ausgewählt werden und Dookus Plan, den obersten Kanzler zu entführen, auszuführen. Das Ganze soll auf einer Feier auf Naboo geschehen. Doch wird Obi-Wan, welcher immer noch verkleidet unter den Kopfgeldjäger ist, dies verhindern können oder nicht? Auf Platz 6 setzt sich die Storyline rund um die Klone Echo, Fives und Heavy und diese ist einer der traurigsten in der gesamten Serie. Alle drei beginnen als Klonkartetten zusammen auf Kamino und werden nach anfänglichem Problem in die Armee aufgenommen, was zu einem Großdreh auch 99, einem Wartungsklon, zu verdanken ist. Als Klonsoldaten verteidigen sie gemeinsam mit Rex und Cody einen Außenposten der Republik gegen die Droidenarmee. Heavy opfert sich hier, indem er eine Bombe zündet, um die von Droiden besetzte Basis zu zerstören, damit sich die Republik von dem Angriff erfährt. Fives und Echo werden in späteren Folgen zurück nach Kamino beordert, wo sie ihre Heimat gegen die Kampfdroiden verteidigen. Leider kommt 99 bei dieser Schlacht ums Leben. Die beiden werden in den Rang eines ARC-Soldaten berufen und kämpfen fortan in der 501. unter Jedi-General Anakin Skywalker. Doch leider kommt Echo während der schon erwähnten Zitadellen-Storyline ums Leben. Fives ist noch in weiteren Folgen an der Seite von Rex und Anakin zu sehen und wird zu einem erfahrenen Soldaten. Dabei möchte ich auch noch einmal die Umbara-Storyline herausheben, um die wir uns hier gleich noch kümmern werden. Leider kommt es, wie es kommen musste. Nachdem Fives den Inhibitor-Chip, der dafür sorgt, dass die Klone die Order 66 auch wirklich ausführen, entdeckt hat, wird er kurz darauf, dank Palpatine, der seinen Plan, die Jedi auszulöschen durch Fives gefährdet sieht, erschossen. Auf meinem fünften Platz landet die Mandalore-Storyline. Hierbei geht es, wie eigentlich schon fast gesagt, um den Planeten Mandalore, welcher dank seiner Herzogin Satin neutral im Krieg und gegen Gewalt ist. Doch das gefällt nicht allen auf Mandalore. Die Death Watch, eine organisierte Terrororganisation, welche mithilfe Count Doogus Mandalore zurück zu seiner Vergangenheit führen wollte, denn früher war Mandalore bekannt für seine großen Krieger. Doch der Versuch der Machtübernahme scheiterte, so war die Death Watch gezwungen zu fliehen. Währenddessen stellte sich auch heraus, dass Regierungsmitglieder komplett korrupt sind. Die Death Watch kehren später in der Staffel zurück und können mithilfe der Pikes, der Hutten, der Schwarzen Sonne, Darth Maul und Savage Opress Mandalore tatsächlich erobern. Wobei die zuletzt genannten so taten, als würden sie Mandalore angreifen und die Death Watch spielte dann die großen Retter und brachte so das Volk, das er nicht mehr komplett auf Herzogin Satin Settel war, hinter sich. So kam sie unter Pre-Whistler tatsächlich an die Macht. Doch das sollte nicht lange so bleiben. Auf Platz 4 setze ich die Umbara Storyline. Die Storyline rund um den Planeten Umbara ist für den Verlauf der Clone Wars Serie eher unwichtig. Und als ich den Clone Wars das erste Mal gesehen hatte, habe ich die ersten drei Folgen von dieser irgendwie verpasst. Als ich die Serie zum zweiten Mal guckte vor kurzem und auf diese Folgen stieß, war ich hin und weg. Um es kurz zu fassen, man sieht in diesen Folgen, wie die Republik den düsteren Planeten Umbara angreift. Und wenn ich düster sage, dann meine ich auch wirklich düster. Denn es ist dort wirklich stockfinster. Man sieht das Ganze hier hauptsächlich aus der Sicht der Klone. Und diese Folgen edeln eigentlich eher Gefechtsszenen aus Unsere Mütter, Unsere Väter. Das ist so ein Zweiter Weltkriegsfilm, falls ihr den nicht kennt. Und man ist einfach komplett drin und fiebert mit den Klonen mit, ob sie es schaffen, die technologisch weit weit überlegenen Umbara zu besiegen. Und wenn das Ganze jetzt nicht schon spannend genug war, wird Anakin Skywalker zurück nach Coruscant gesandt und Jedi General Krell nimmt seinen Platz ein. Dieser ist bekannt dafür, immer zu gewinnen, doch seine Truppenverluste sind dabei immer sehr hoch. So gehen durch seine Taktiken immer mehr Klone drauf. Die Klone vertrauen ihm zum Teil nicht mehr richtig und es gibt eine Art Aufstand, in dem sich einige, angeführt von Fives, seinen Befehl widersetzen und gegen den Willen Krells eine Luftbasis der Umbara vernichten. Dieser findet das Ganze aber nicht so lustig und verurteilt sie, trotz ihres Erfolges, zum Tode. Als er dann auch noch plötzlich seine eigenen Soldaten aufeinander hetzt, verliert er das Vertrauen der Klone komplett und sie gräblieren gegen ihn. Und das, wie sich später auch herausstellt, zu Recht. Die Storyline auf einem dritten Platz ist die, welche wohl die größten Wellen geschlagen hat. Damit meine ich natürlich die Wiederbelebung Darth Mauls. Sein Bruder, Savage Opress, wurde von Ventress als Rache-Instrument gegen Count Dooku, der sie verraten hatte, benutzt. Nachdem die Rache scheiterte, wurde er von Mutter Tarzan auf seinen Bruder Darth Maul aufmerksam gemacht. Er machte sich auf die Suche nach ihm und fand ihn tatsächlich. Irgendwie hat er die Zweiteilung durch Obi-Wan Kenobi überlebt. Nachdem Maul wieder bei Bewusstsein war, legte er natürlich sofort alle Hebel in Bewegung, um Rache an Kenobi zu üben. Daraus entstand das ein oder andere coole Lichtfekt-Duell, wie man auch in meinem Top 10 Lichtfekt-Duelle in Star Wars The Clone Wars Video sehen kann. Später taten sich die Bruder mit der Death Watch der Schwarzen Sonne, den Pikes und dem Hutten-Clan zusammen. Sie eroberten, wie schon mal erwähnt, den Planeten Mandalore. Doch die Bruder wurden hintergangen und von Brie Whistler, dem Anführer der Death Watch, ins Gefängnis gesteckt. Sie konnten sich allerdings befreien und nach einem harten Lichtfettkampf, in dem Maul Prie Whistler tüttete, auch die Herrschaft über Mandalore an sich reißen. Um seine Herrschaft erstmal geheim zu halten und im Hintergrund ein Imperium aufzubauen, setzte Darth Maul den wegen Korruption verhafteten Premierminister Al-Mack wieder ein. Doch sein alter Meister, Darth Sidious, erfuhr von Mauls Plänen. Die Storyline auf dem zweiten Platz besteht aus den drei letzten Star Wars The Clone Wars Folgen. Yoda hört die Stimmen des längst verstorbenen Jedi-Meisters Qui-Gon Jinn und macht sich auf die Suche nach dem Ursprung der Stimme. Er landet schließlich nach einem kurzen Zwischenstopp auf Dagobah, auf dem Planeten, auf dem die Macht ihren Ursprung hat. Dort werden ihm verschiedene Prüfungen gestellt, wo man unter anderem Yodas dunkle Seite und einen noch auf der guten Seite stehenden Doku zugesicht bekommt. Schließlich besucht er als letzte Prüfung Morabat, dem Heimatplaneten, der Sith, und trifft dort auf Trugbilder von Seife Dias und Darth Bane, dem Einführer der Regeldead 2. Die Folge gipfelt in einem coolen Aufeinandertreffen zwischen ihm und Darth Sidious, welches aber nur eine Vision war. So endet Star Wars The Clone Wars, wie es angefangen hat, mit Meister Yoda. Auf Platz 1 ist die meiner Meinung nach emotionalste Storyline von Star Wars The Clone Wars, nämlich der Abschied von der Sokratanu aus dem Jedi-Tempel. Alles beginnt damit, dass ein Anschlag auf den Jedi-Tempel verübt wird. Die Frau des Tatverdächtigen wird ins Gefängnis gebracht und während einer Unterredung mit der Sokratanu durch die Macht erwirbt. Auf den Überwachungskameras sieht es so aus, als wenn der Sokrat daran schuld ist. So wird sie auch mit dem Anschlag in Verbindung gebracht und vorerst aus dem Jedi-Orden ausgeschlossen. Sie kann jedoch aus der Gefangenschaft fliehen und trifft in der Unterwelt von Coruscant auf Asai Ventress. Diese hilft ihr, mit eigenen Nachborschungen anzufangen. Doch Ventress scheint sie zu hintergehen und greift sie maskiert an. So kann sie von der Republik gefunden werden. Auch Anakin, Ahsokas ehemaliger Meister, ist von ihrer Unschuld überzeugt und kommt, nachdem er mit Ventress gesprochen hat, darauf, dass Barriss Offee, ein weiterer Jedi-Padawan, am Anschlag schuld ist und all das Ahsoka anhängen will. Nach einem Lichtschwertkampf kann er Barriss überwältigen und gerade rechtzeitig, bevor das Urteil über Ahsoka verhängt wird, zum Gericht bringen. Nachdem Ahsokas Unschuld bewiesen ist, wird ihr angeboten, wieder in den Jedi-Orden aufgenommen zu werden. Doch dies lehnt sie ab, weil der Jedi-Rat ihr nicht geholfen hat und sie das Vertrauen in die Jedi verloren hat. Was ist mit mir? Ich hab an dich geglaubt. Ich war an deiner Seite. Ich weiß, dass ihr an mich glaubt, Anakin. Und dafür danke ich euch. Aber hier geht es nicht um euch. Ich kann nicht länger hierbleiben. Nicht jetzt. Der Jedi-Orden ist dein Leben. Du kannst es doch nicht einfach so wegwerfen. Ahsoka, du machst einen Fehler. Vielleicht. Aber ich muss mit mir ins Reine kommen. Ohne den Jedi-Rat. Und ohne euch. Ich verstehe dich. Sogar mehr als du denkst. Ich kann gut verstehen, wenn jemand den Orden verlassen möchte. Ich weiß. Wie geht es dir? Je configurei. Untertitelung.